hey Leute und herzlich Willkommen zu der ersten Folge von Batman Arkham Asylum und wir drücken erstmal zum starten und ja Leute hier sind meine zwei tollen Versuche die ich gehabt habe da habe ich aufgegeben weil ich nicht weiterkam und da war ich einfach nur dumm und nein es lag eigentlich nicht in mir jetzt einfach nur geleckt nebenbei ich mache jetzt einfach mal ein neues Spiel ich werde bei den Zwischenfrequenzen also wo die Leute halt reden und halt wo die Videos kommen etwas leiser seien und weil kein Mucks von mir geben was im normalen Fall eigentlich so ist aber egal neue Spiel starten ja Helligkeit lassen wir so und natürlich ja weiter nein normal machen wir mal obwohl das Spiel unterstützt automatisch speichern dieses Symbol erscheint wenn Spieldaten gespeichert werden bitte Computer Alter okay ich bin kein schöner Regen und ein schöner Himmel der von Selle an die Dorfe mehr erinnert und ich wohl im Kampf Hallo Höh! Nein! Ach der Kledermaus Oh no jetzt geht's los Mark Himmels spricht übrigens den Joker denke ich mal glaube ich keine Ahnung keine Ahnung Hupsch Hupsch Ah er ist er Oh die Kledermaus Der Lone wurde festgenommen Badman ist auf dem Weg nach Arkham Island Hupsch 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 Ok Arkham ist ein Gefängnis in Gotham Und Goffin ist dort halt, wo Batman ist und Batman ist halt ein Held. So, kommt wissen. Ja, es ist der Arkham und das können wir schon auch aus der Goffin-Serie, die ist ja geil, Mann. Oah! Wiederbekehrt, wenn da noch alles... Ja, Leute, ich brauche Zeit im Musik weiter. Hey Sharpie! Toll, was du aus diesem Ort gemacht hast! Für dich heißt das Anstaltsleiter Sharp. Bowles! Yo, Frankie! Wie geht's, grauen Kindern? Vermisst du mich? Klappe, Clown! Viele hier würden sich gern mal mit dir unterhalten. Wirklich! Laufen stört mich nicht! Hey! Nicht so fest, du zerknitterst den Anzug! Bring diesen dreckigen Karton hier raus! Anstaltsleiter hier stimmt was nicht. Ich gehe mit ihm. Oha! Also Leute, merkt euch eins, wenn man sagt, es stimmt etwas nicht, das stimmt doch etwas nicht. Spoiler! Ja, Sir, erwartet eine Patientenübergabe auf Sie. Er ist kurz vor Ihnen gekommen. Ich frage mich immer noch, warum das... Sharpie liebt seine Kameras! Hey Sharpie! Filmsorgen! Okay, als allererstes, Audiooption. Leiser! Junge, Junge, das ist der teilweise... Alter Vater! So, mach einfach mal auf die Hälfte, damit man mich auch mal versteht. Das finde ich auch mal versteht. So! Spieloption! Ich will die Grafik ein bisschen runterstellen. Oh! Ja doch! Es ist halt komplett runtergestellt. Soviel zum Thema, ich habe einen guten PC. Eine Schokoladenseite? Aber naja, ich sehe überall gut aus. Ich will, dass er sicher weggeschlossen wird. Sieh dir nur die neue Sicherheitstechnik an. Ja. Wie soll hier noch jemand ausbrechen? Nein, ich wollte da gucken! Oh! Rätow, wir wirklich mag ich nicht gut. Es ist immer wieder schön! Auf meine kleine Ha-Ha-Ha-Hasschen da zurückzukehren! Das ist so geil! Also ich finde es mega geil. Das ist glaube ich mein erstes wirkliches Abenteuer-Spiel. Bis auf jetzt halt Endjustice. Da es sich nicht mehr zu irgendwelchen zu Ende mitgesprächen hat. Z-Zooming! So! Scan wird initialisiert! Wisch dir was? Ich fand die gute alte Suche in den Körperöffnungen besser! Das war viel Entriebe! Ich habe ein rotes Licht! Mehrere verbotene Gegenstände! Ich will, dass Joker noch mal zuführen! Das ist nicht der Patient! Das ist... Oh! Was schmuggelst du damit rein, Betts? Sag's mir! Sag's mir! Bad Ranks? Bad Cross? Bad Snacks? Snacks? Der Scanner schaltet bei Joker auf grün! Öffnet das Tor! Holt ihn hier raus! Huch! Uuuhha! Ich will da stehls warten, ob ihn gerichtet sind! Lass ihn nicht aus den Augen! It's a trap! Es ist später noch genug Zeit für dich, Ash! Apropos Zeit... Tick-Tack! 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 Hör mich dein Kump! Kudieren? Huch! Nein! Was ist los, Stark? Schreiben Sie mich für morgen um vier ein! Wir müssen viel einholen! Gut! Bleiben Sie hinter mir! Hallo neuer Patient! Hier ist Quincy Scharr! Wo ist der roter Titel, wenn ich bitten darf? Das ist meine Lieblingsshow! Ich bin Anstaltsleiter Idiot, du entkommst mir niemals! Hihihihihihi! Ich kann das manchmal jetzt wie auf Hugo Strange, aber nein, da ist es nicht Hugo Strange. Hugo Strange ist ein Japaner, also wenn du diesen Augen gehst... Überhaupt komplett falsch! Ja, bin gleich bei dir was! Bei Goffin war das ja Leiter, aber wurde dann aufgefeiert. Ich habe das auch geschafft! Ich sagte, woher ist er nicht? Nein! Nein! Meine Jungs hätten in diesem unglückseligen Feuer verletzt werden können! Mein Beileid! Ja, klar, meine Schwester kurz! Ja! Ich muss Ihren Gefangenen überprüfen, Officer Bowles! Mach sie das aber schnell! Bei Ulster können wir so und so keinen Faust kopfen! Ich weiß nicht woher! Der Patient scheint in einem zufriedenstellenden Zustand zu sein! Genau! Genau! Er hat sich kleinere Fleischwunden zugezogen, wohl in den letzten zwei Stunden. Es scheint, dass... Ich weiß es schon! Du hast die Lady gehört! Es kommt noch ein Psycho zu uns! Ein Psycho zu uns! Na ja, nicht ganz! Kannst du die Spannung in der Luft riechen? Guck mal, der Untertitel Spoiler schon! Dann war es wohl einer sehr wach! Krunk! Alter Junge! Bist du das? Das ist schon so ein fettes Feet! Ich habe ihn bis jetzt nur in den Lego-Batman-Spielen gesehen, aber dann so hier noch nicht! Wenn das eigentlich nicht so big wäre! Ja gut, hätte ich nicht gedacht! Richtet die ganze Zeit eure Waffen auf ihn! Ich dachte, wir sind wirklich so klein wie in den Lego-Spielen! Ja ja! Ja ja! Nein! Oha! Da kam ich nicht! Ist das Wind? Was macht das? Ich wittere dich, Batman! Ich bringe dich zur Strecke! Wir werden eh safe auch immer wenn du dich schicken kannst! Wir werden safe wenn du dich schicken kannst! Wir werden safe wenn du dich schicken kannst! Dich zu töten, Batman! Ja! Ich herrsch' dich im Stück! Ja ja! Das ist deine Klappen! Joker! Das erinnert mich an was! Ich muss mir wirklich neue Schuhe besorgen! Okay! Nach oben! Oh! Ja ja ja! Der Aufzug! Ich weiß jetzt, was alles passiert, weil ich schon 2% des Spiels abspielt habe! Wie ist Batman an der Sicherheitskontrolle vorbekommen? Ja! Tolle Nacht! Für ne Party! Ja! Nicht wo du hingehst! Oh! Die Nacht ist noch jung, Bats! Ich hab immer noch was in der Hinterhand! Oder findest du es nicht komisch, wie ein Feuer in Blackgate dazu geführt hat, dass hunderte von meinen Leuten hier hier... Hör auf zu spoilern, du Drecksack! Mann! Hatte ich dir nicht gesagt, dass du still sein sollst! Ja ja! Wer sagt das? Der oder der? Du solltest wirklich lernen, dein fettes Maul zu halten! Der spricht irgendwie zu mir! Das bringt dich noch in Schwierigkeiten! Aber ich bin nicht vorhin gehen! Sag mir eins! Du würdest niemals zulassen, dass ich dich so leicht schnappe! Was willst du wirklich? Oh! Nicht viel! Hunderte, die in Angst und unter Schmerzen starben! Alle ihre wertlosen Leben werden zu einem schrecklichen Ende gebracht! Vielen herzlichen Dank! War das die Antwort, die du wolltest? Hm, was? Alle Patienten sollen Kontakt mit Insassen aus dem Blackgate Gefängnis vermeiden! Ihre Anwesenheit und... Oh oh! It's a trap! Was passiert jetzt? Ich weiß es schon! Hol deine Taschenlampe! Strahlt ihn an! Also ich kann schon mal sagen, Weltman macht's richtig! Genau so! Guck ich ihm mal seine Fresse an, deine Mundwinkel! Was? Unsere Anstalt ist nur kurz! Was? Vertraut du mir nicht? Oha! Oha! Die unteren Stockwerke der Intensivbehandlung sind jetzt auf Alfa-Rot! Alfa-Rot! Du bist also zurück! Ja, aber was hast du denn da eigentlich, ne? Da hinten? Ich werde mich sicher das nächste Mal mehr anstrengen! Wie wär's? Wir könnten hundert... Warte, das ist Bowles, gell? Der kommt mir nicht irgendwoher bekannt vor... Höh! Gordon! Oha! 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 Nein! Lange Nacht, Jim! Ha! Joker überfällt das Rathaus, nimmt den Bürgermeister als Geisel und überlässt es mir... ...mich der Hauptrolle in Gotham! Geil! Ja, das war eine höllische Nacht! Hoffentlich die letzte, die wir jemals mit ihm hatten! Ja! Wer ist das denn? Moment! Tut mir leid, Batman! Nur für Arkham-Personal! Ich versichere ihn, wenn jemand qualifiziert ist, dann... Ich danke Ihnen für die Unterstützung! Aber das wurde die gewalttätigeren Patienten aufstacheln! Kann man verblühen! Ja, ich glaube, er spricht über dich, Benz! Fühl dich nicht wie ein Fremder! Du bist hier immer willkommen! Mann, ich muss sagen, es ist gut, wieder hier zu sein! Geht's dir gut? Er hat fast ohne Kampf aufgegeben! Das gefällt mir nicht! Wenigstens ist er wieder da, wo er hingehört! Oh ne, jetzt kommt's! Ja! Kommt los! Was ist das? Du hast ne Pistole, Mann! Er hat ne Pistole! Schieß doch, ihr dumme Kinder! Genau! Sicherheitsdauer ist erschlagen! Ah, das war das so! Andere Pistole! Der Schatz geht auf deine Kosten! Liebling, ich bin zu Hause! Komm rein! Unlocked! Oh no, he's Batman! Kommt im Gorn! Ein einfacher Schurz und der ist weg! Wir kommen in den Edelhaus, Batman! Ich stelle eine Falle auf und du bist herrlich reingetroffen! Jetzt lass die Party beginnen! Oh ja! Ja! Also ich erkläre mal ein bisschen was! Ich will eigentlich keine festen Zeiten für die Let's Plays, ich rausdenke! Weil ich dann so gesagt zwangshaft diese Videos machen muss, also so! Aber ich kann mal sagen, dass so jede Woche eins kommen wird! Das kann doch alles zwei, drei, vier oder auch fünf werden! Keine Ahnung! Alter! Sag doch jetzt! Ich fangen wir glaube ich jetzt zum dritten Mal! Ja, ist doch nicht kräftig! Was zeichnet dir der Gordon mal! Guck mal, der trillert eine Base! Ich glaube wieder andere Typen! Mit einer Gesamtstrafe von 752 Jahren! Woh, warum tut ihn das bitte auch? Ding, ding, ding! Jetzt kommt der Runde zwei! Ja, ja! Huuu! Alter! Das war der Sidekick! Und das war der linke Haken oder so! Alter! Alter! Alles okay, Hunde! Uwa! Ja! Uff! 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 In die Fresse! Oh, da kann ich schon rein! Ich kann schon rein! Ey Leute! Ja, okay, gut! Ja, da war der Sidekick! Uff! Junge, 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 Junge! In die Fresse! Punkt! Das System ist blockiert! Wir sitzen hier fest! Junge hat die Kontrolle über die Sicherheitstore! Boah! Ich finde einen Weg raus! Gordon, versuchen Sie den Anstaltsleiter zu kontaktieren! Sagen Sie ihm, was passiert ist! Spring doch, du bist Batman! Mach keine Versprechen, die du nicht halten kannst, Bats! Ich habe die Kontrolle über die Anstaltsleiter! Ich habe die Kontrolle über die Anstaltsleiter! Auch mit dem ich nicht einverstanden bin! Wie ist das klar? Was ist eigentlich hier? Meine Tüte! Jetzt wäre die... Blablabla! Immer diese schilden Gesülze! Wenn ich mir zu sehe, wäre langweilig! Ah! Eine Rüppla! Oha! Jetzt geht's los! Das ist eine Falle! Natürlich ist es das! Oh! Tab! Äh nein, das verfallt ist Tab! Aus! Tab! Das ist Tab! Nein, das ist auch kein Tab! Ah! Ah! Police Commissioner James W. Gorn letzte... Nee, das hat mich jetzt kein Problem zu lesen! Nein! Tschüss! Tschüss! Okay, gut! Äh! Ah! Da geht's springen! Ah! Der Batman zählen! Was... Was bist du eigentlich? Indie! Nein! Ich will eigentlich werfen! Und auch treffen! Hallo! Hallo! Ich will nur noch einmal auslassen! Warum... Egal! Dann... Da lassen wir es ja halt rumklammern! Leute, wir sind schon glaube ich schon bei 15 Minuten ungefähr angekommen! Du dahinter? Ja! Jetzt wirft er auch! Vielleicht auch Sorge schon bei 20! Ich glaube eher bei 20! Dementsprechend würde ich jetzt einfach... Alter, tatsächlich! Dementsprechend würde ich jetzt sagen, dass wir jetzt bitte auch einmal aufhören! Und einfach hier einen kleinen Break machen! Überall wo der Verrückte hingeht, folgt ihm mit Sicherheit der Tod! Ähm... Ja! Ist okay! Alle Patienten sollten ihre Medikamente jeden Tag zu den verschriebenen Zeiten nehmen! Schnauze jetzt! Die du... Leute! Das war's für diesen Video! Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like! Denn wenn ich dann nicht halt für meinetwegen mir noch egal! Und ja! Tschüss!